Jetzt habe ich nur vergessen, was wir mit der Hauptköpfe machen müssen. Ach ja, ich glaube, irgendwas für die... Kann man irgendwas sammeln? Ja, genau. Irgendwelche Informationen für Kamasutra oder so. Oder nennen wir sie Kamiko. Ist auch okay. Kamin. Ne, Kamiko. Ich glaube schon Kamiko. Industrie, Spionage. Bist du da? Naja. So, was ist denn eigentlich Lila? Lila ist... Amor. Äh. Warte mal ganz kurz, bevor du da einfach Gegner kaputt machst. Ich will mal was ausprobieren. Äh. Ich war unschuldig. Die waren auf einmal da. Irgendwie funktioniert das mit diesen Fentanen, glaube ich noch. Oder ich finde es auch so glösser zu. Dann muss ich zwei mal los. Jetzt gehen wir kaputt. Eih, was kommt denn am Loch alles? Jetzt reicht es. Einmal schmerzeln. Hä? Was ist denn das in der Mitte? Ein Roboter. Vergriff hat ein bisschen was vom Raketenwerfer. Ah, Klammerwerfer. Ich... Ich sehe mich nur im gerade goldenen Rausch. Ich... ich gehe gar nicht mit. Ich schlage nur wilden Schwerer durch die Gegend. Machst du doch. Munitionen alle. Ich mache alles. So. Magst du mal sein Schilder raus von mir? Ah, da. Haben wir noch eine Ferrero-Rochet-Kugel. Ah, da ist er. Attacke. Oh, oh. Ist auch gerade gedacht, Attacke. So, und weg. Müsstet ihr nicht fliehen? Euer Obermots nicht weg. Mann, Mann. Ey, da haben wir noch einen Fußball. Fußball. Ah, Fußball ist aus. Oh, 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 oh. Automatischer Raketenwerfer. Monsoon. Nimm ich. Nicht hoch. Ja, Gott sei Dank müssen wir uns nicht um Loot streiten. Da hast du recht. Sonst würde ich ja nie eine Waffe bekommen. So, also jetzt ist es aber gut. Dann würde ich nämlich direkt auf schwerer skillen. So. Ich bin auch auf dem richtigen Weg. Oh, hallo. Was ist denn der richtige? Ach, das ist der richtige. Da bleibt noch was. Ha. Oh, hallo. Huch. Ja, ja, mach mal langsam. Kann ich den Funsona auf beweisen? Ach, da oben ist das X. Okay, Folge, Folge. Das X markiert das Ziel oder wie war das? Genau so ist es. Das Problem ist nur, das Ziel weiß nicht wo ist. Ich finde den Weg nicht. Hm. Das ist halt ein richtiger Pirat. Huch. Ja, ich bin jetzt wieder auf dem Weg. Ich bin auch da. Warum hat da irgendwie so tolle Soldatenregner? Freunde. Was ist hier unten? Na dann komme ich mit runter. Oh, ich hab keine Bauch-Munni mehr. Das Blöde ist an den Waffen, dass wir... Ich bin dann keine Munni mehr. Hm. Oh, ich hab keine Bauch-Munni mehr. Hm. Ah, weißt du was? Kettensägenhaus! Aua! Na also, dann zerfallen sie alle Einzelteile. die Kettensäge funktioniert immer, hm? Ich möchte bitte, dass du meine Kettensäge per... äh Berthorn nimmst. Hallo, weg! Ah, ja, ja. Okay, jetzt hat das mal mit dem... mit dem Pentakel funktioniert. Und nochmal. Hä, was machst du denn mit dem Pentakel? Ah, hier, Pentakel. Oh, was ist das denn? Aua! Das sieht sehr schmerzhaft aus. Das hab ich in den Auge gedacht. So. Hier geht's hoch. Ich glaub, das ist so ne... so ne kleine Genugtuung aus Dungeon Defenders, dass ich jetzt mal das Pentakel-Monster bin und andere... Ah ja. Mhm. Du hast schon deine Fantasien, oder? Hm. Vielleicht. Du bist das Löch... äh... Löcherliebende Tentakel-Monster. Oder das Tentakel-liebende Löchermonster. Äh... Wer weiß das schon. Oh. Hallo. Ich hab da was gefunden. Oh, da sind noch ganz mehr von den Sachen. Ojojojo, die halten da ein bisschen was raus. Puh. Der Bogen geht ganz gut bei denen. Ich hab hier auch lauter solche Sieger. So. Was ist das? Mehr Zugabe! Space. Würde ich? Puh. 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 Äh... Der Filsinn aus, man. Was mach ich denn? Ja, wir müssen weiter zum nächsten. Das hast du so einfach. Das hast du so einfach. Wo ist denn weiter zum nächsten? Ich hab jetzt mal gesagt, wir gehen erstmal wieder... Ach hier! Ach ne. Wollte schon sagen, wir gehen erstmal wieder zurück, aber... Oh, schick, schick. Ach so. Da hinten? Da hinten. Hm. Irgendwie kommt mir hier grad so ein bisschen Star Wars-Feeling auf. Muss ich dich wieder abholen? Ach ne. Oh, da sind ein Haufen Gegner. Hallo Gegner! Puh. Was seid ihr denn? Ja, okay. Bei mir krieg ich nicht nackt aus. Das fand ich auch. Aaaaah! Aua! 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 Sooo... Da gibt's was auf, die Mütze! Oh, äh... Ich muss nur die Waren sehen. Scheiße! So! Der Roboter ist kaputt! Ich heil mich ne Runde. Na ja... Lass mir jetzt nicht die Wechsel dabei machen. Ich hab sie weich geklopft, würde ich ihn du machst und Rest. Was soll denn das? Einmal rüber geknettet. Huch! Und da? Kohle! So! So! So, jetzt nach drüben. Nach... Äh... Rechts. Das ist ein bisschen deprimierend, wenn du auf die Schusswaffe umschaltest und merkst, hm... Zwölf Schuss in der Uzi. Das ist ein sehr schnelles Vergnügen. Du hast eine Uzi? Du hast eine Uzi? Du hast eine Uzi? Du hast die schon wieder her? Du bist doch eine Uzi, oder? Du bist doch eine Uzi, oder? Wie hast du die nicht? Nein. Die gab's doch schon direkt am Anfang des Spiels. Ich hab zwei Schwerter. Die hab ich auch. Wir reichen die zwei Schwerter. Huch! Wo ist das was wir brauchen? Oh, ich hab keine von das hier. Im ersten Platz schauen sie. Was sagst du? Was sagst du? Wir haben hier alles Zeit in die Schwerter. Ich hab alle Zeit in die Schwerter. Ich hab alle Zeit in die Schwerter. Warum würden wir... Ich wollte wirklich eine Schwerter. Du willst eine... Ich liebe eine Schwerter, okay? Ich liebe eine Schwerter, okay? Wait. Du hast eine Schwerter hier? Wo hast du eine Schwerter? Zilla kennt einen Mann. Das ist eine der Schwerter. Kannst du den Kettel auf? Schau, ich glaube nicht, wir haben Zeit für das. Wo sind deine Noten? Wenn ich dich erzähle, wirst du mir eine Schwerter? Nein! Ich versuchte von dieser Schwerter. Ich bin nicht dein Personal Ballet. Jetzt wo sind deine Schwerter? Ich habe sie zu Zing für die Schwerter. Zing? Zing? Du kennst dich in eine Schwerter, Zing? Du kennst jemanden, Zing? Er ist die einzige Person mit einer Honor in Zilla's Organisation. Die Person könnte es sich strechen. Aber du machst einen gewissen Punkt. Warte, du kennst ihn? Wir kennst uns mal. Ein lange Zeit vor. Vorher er war auf TV. Ich habe nie gedacht, dass er für Zilla geht. Hey! Du hast es. Ich habe es. Wir machen alle unsere Entscheidungen. Okay, so... Wir gehen die große Schwerter. Was für meine Tee? So? Dann kann ich dir alles haben. Wo war ich mit dem, was ich habe? Dann können sie alles wissen, dass ich zu Hause. Das ist die Karte, die ich hackte. Ganzes Accesse, ganzes Anonymität. crystals. Das ist die potschraube. Und das ist die Technik das ist. Und das ist das Pionierung von Cheetecch? Im gar nicht! Ich kann es mit ihr gewinnen. Hmm. Du durst nicht versuchen. Du solltest du versuchen. Ok holen wir die Zugangskarte doch diese hier wahrscheinlich oh ja nehmen wir doch diese hier und natürlich müssen wir jetzt wieder zurück das Gebäude wird sich ja ich befürchte wir werden wieder ganz viele neue Freunde kennenlernen aber ich bin doch so unsozial ja das sehe ich ja wie du mit denen umgehst ei 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 flieg ne äh dash keine ahnung ob ich nur ansatzweise richtig ja doch ich scheine richtig zu laufen da sind Gegner Gegner jetzt komm mal her hä was ist denn ich hab die Pumpe kaputt gemacht ich hab hier voll den Grafik-Bug hui 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 natürlich ist das Spiel schuld nicht mein Rechner hui 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 ich kenn ja jemanden den kennst du auch mit dem können wir es dir zusammen tun und wenn ihr beide Rechner zusammenbaut habt ihr vielleicht Eindruck zu nehmen ja da kommt noch mehr Schrott bei raus hui ja da musst du die richtige Elften zusammenbauen ja hui 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 ach du kleine Gummkugel du so wir müssen doch hin wie wir müssen ins Gebäude zurück hä get inside a tv station ach moment ja ja ach dann muss man doch hin ach so folgen sie mir wie hat gestern ne nicht gestern oder wie hat ein weißer Mann mal gesagt folge dem Pünktchen ok dieser weißer Mann war definitiv nie ich ist er noch raus da ist er noch raus oh geiler ich greif dich an denk mal was kommt da jetzt einfach eiskalt daher gerannt kannst du mal auf und aus sehen wie die Gegner und wenn sie unsichtbar werden gehen dann wieder die Gegner und wenn sie unsichtbar werden kaputa tschüssi tschüssi haben skill punkte ich weiß nicht wie du das machst in jedem spiel levelst du vorher also früher aufgeregt das ist gar nicht wahr in deinem Spiel defender hast du schneller als ich da hast du die Mitleidserfahrungspunkte bekommen was ist das denn was ist das denn ist das denn flieg so schnell was denn ich hab was gefunden komm mal her da naja ich bin schon da kannst du ein Arbol auf deine Hand sehr schnell huch oioioi das ist nervig ich spiele jetzt strothball Und ich säge der Puppe den Kopf ab, oder wie war das? Oh man, ja genau. Aber das heißt, du reißt die Puppe den Kopf ab. Ich hab ne Sägel in der Hand, verdammt nochmal. Gewissermaßen reicht ja die Säge auch. Weißt du, ich hab sogar nen Ball kaputt gesetzt. So, da waren wir doch richtig. Ah! So, wir sind im TV Gebäude. Bis Siege Sillas Manor. Du hättest schon ein paar da auf der Mini Map, ne? So ein bisschen. Ja, okay, wenn ich da ne Pistole, wenn ich da nen Headshot hinkriege. Ein Schuss. Sind die alle oben? Können die sich mal sammeln? Ich hab da auch ein paar Granaden zum Auszahlen. Ähm. Ja, jetzt wo du saust, ne? Ich hatte auch mal welche. Wo sind denn die alle? Wo seid ihr? Hä? Echt jetzt? Ich lass mal ne Rakete ausgewiesen. Au. Was bist du für einer? Ja. So, tschüss. Und der nächste. Oh, komm mal zu mir her. Ich hab da nicht ne Waffe. Moment. Moment. Okay, das heißt ich hier noch dran. Paraboda. So, wie bist du denn schon wieder? Unten? Oben? Ne, oben. 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 Boай, nicht mehr Schuss. Schuss,arrassd14 13 Weißte. Ich sag dir wenigstens wenn ich ne Baffe seh. Oben. Ich müsste hier eigentlich liegen. Was? Wo? Hier. Wo ich stehe. Liegt da einen? Nein. Nein. Oh, verschwindet die mit der Zeit? Interessant. Vielleicht ist sie ja nur bei dir gedroppt. Es gibt nämlich auf dem Equip oder besser gesagt auf diesen Gems teilweise auch sowas wie, es droppt mehr Loot. 10% mehr Chance auf besseren Loot und so. Ach so. Deswegen. Wo ist er denn jetzt da? Wo kommst du da her? Jetzt müssen wir doch gleich alle haben, oder? Ja, das war's. So, jetzt irgendwo ganz oben ist das Fragezeichen. Kommen wir jetzt da ganz hoch? Oh. Hallo? Ah, warte mal. Hier ist... Tudu. Ach so, jetzt bin ich aber wahrscheinlich auf der Ebene, auf der du auch bist. Hä, wie komm ich denn jetzt da hoch? Ach so, kann es sein, dass wir von unten, von ganz unten jetzt hoch wieder müssen? Mit einem Aufzug oder sowas ähnliches? Oh ne, hier geht's nur... Moment. Ist die Mitte vielleicht ein Aufzug? Ja, ich geh noch mal ganz runter. Ne, das soll oben sein. Also ganz runter war ne echt schlechte Idee. Huch. Jetzt bin ich da einander. Wo bin ich jetzt? Ja, wieder unten. Hm. Also ich glaube hier irgendwie schön im Kreis und... Moment nochmal. Ich glaube einfach mal den, 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 den Acker da hin. Mal gucken. Oh, was? Wollen wir da vielleicht was? Ah ja, hab's. Hä, wo bist du denn noch? Ne, gerade jetzt. Komm mal hoch. Da geht's nochmal ja einfach in den Kreis zum Außen weiter. Ach, come on. Ja, ich seh es auch gerade. Ja, und da ist ne... Echt jetzt? Und da komm ich noch vorbei. Oh, da weiß ich nicht. Was steht denn da? Eine Glücksstatue. Kommen wir jetzt zu mir, da gibt's eine Glücksstatue. Was macht die Glücksstatue? Ne? Ich glaub, das kannst du ausrüsten. Jetzt war ich wo oben. Jetzt will ich extra, dass ich wieder runterkomme. Ne, nicht runter. Gleiches Stockwerk. Bist du richtig? Also wenn der Pfeil stimmt. Ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Ja, ja. Ja, genau. Also gibt's doch versteckte Sachen. Steht bei dir da was? Ja. Ach, die gibt's... Toll. Ich glaub, die hat nur 5000 gebracht. Also nur Kohle. Was hast du denn jetzt für da? Ich hab noch mal geguckt. Hm. Du hast denn jetzt nicht gebraucht. eine Kugel zum Scouten geschickt, ja? Genau so ist es. Ähm. Okay. Ich hab mal gesagt, wir müssen außen links rum. Damit wir dann später rechts hoch können. Ja. Ich möchte ja nicht sagen, ne, aber irgendwie erinnert mich da so was. Ui. Hallo, komm mal da her. Oh, ich bin hinter dir. Wie weiß man was, mal versuchen, einen Dialog zu führen. Wow, wow, wow. If it isn't my favorite corporate shill. Lo-Mang? How wonderful! I haven't seen you in ages. My goodness, you seem cheaper. You'd be amazed what access to total media surveillance will do. Destroy your faith in humanity? Exactly. It's really quite amusing. It's like reality TV only, you know, real. How did you get in here? Oh, I had a word with the guards. Sorry, I always mess that up. I had a sword with the guards. Yeah, that sounds like the old Lo-Wang. Does Zilla know about this? This is strictly on the QT. I'm actually here for a friend. A Miss Gamiko? Gamiko? How is she? I was worried about her the last time we chatted. She seemed nervous. Tell him I'm fine. She's okay. Been through a rough patch, but hanging in there. She sent me to get her notebooks. Well, now this is awkward. She gave me very specific instructions not to give them to anyone. Come on, Zing! You know me! My point exactly! How do I know you're really here on her behalf and not just trying to sell her research to the highest bidder? Because... Because... Okay, this is gonna sound silly, but... She's actually inside my head. Come again? Her body got corrupted and her soul was sick? I don't really understand it to tell you the truth. All I know is she's in here. That is ridiculous. Yes, it is ridiculous. It would make a wonderful TV show, though. I think so. If it were true, but you can't be. Tell him I have to miss 4 o'clock club today. She wants me to tell you she's going to miss 4 o'clock club today. She... The... My word. What the fuck is 4 o'clock club? Kamiko used to come by every Friday at 4. We drink tea and watch... Jackie Chip movies. How that is adorable. You proved your point. The drives have tracking chips in them. I'll send you the chip ID, is that? We'll tell you where to find them. See, you're the best. I wish you had a body right now so I could hug it. You mean the one you chopped up and tossed off a cliff? Um... Yeah, that's the one. Yeah, I gotta tell you. I'm not sure I'm in the market for... Hugs right now. Fair enough. Oh good. Keine hugs. We're back again. So what's in these notebooks? My experimental data. This is the foundation of my work on ZL 4906. You mean Shade? Shade is trash. Street crap. It's half of it is speed and heroin. People barely see anything. You try this stuff. Uh, I invented this stuff. Pfff. Okay, I'm following you. You're responsible for all these drugs in town. Hey, everyone's responsible for themselves. Those people are buying dirty stuff and getting hooked on other drugs? That's on them. We don't take drugs. I conduct experiments on research compounds that promote visionary reactions. Yeah, yeah, you get high on your own supply. Pfff. You have no idea what you're talking about. Okay, I see already lots of rote points. That's a bit of an out. Hauptsache, I'm out. Ah, I have two skill points. Could I get back to my point? I have another so thousand... ...dublonen statuels found. What? What? Nichts. No, no, no. Wo? Ähm, hinter dieser Wand. Das heißt, du musst einfach nur da jetzt außen rum laufen, bis du dann hinter dieser Wand kommst. Und dann steht sie rechts. Ich erkenne irgendwie ein Muster hier. Mhm. Okay, also das rechts ist wahrscheinlich das andere rechts gewesen, aber... Äh, ja, ich mein links. Das linke rechts. Also, du weißt schon. Die Richtung, die nicht rechts ist. Aber doch irgendwie in der Nähe. Aber nur weil ich kalt betrachtet. Oder auch nicht. Naja. Hab's doch gesiegt. Eigentlich kann man vom Glück reden, dass man mit dem Spiel den Questgeber nicht erschießen kann. Wir hätten keine Quests mehr. Oh, was hab ich denn da für ne Waffe? Huh? Probier. Was zum Teufel macht die? Also die macht fast keinen Schaden, aber die macht Spaß. Das Licht am Gegner, dass die keinen Schaden macht. Das Licht am Gegner, dass die keinen Schaden macht. Was hast du? Physical Resist. Was hast du denn nicht? Weshalb vielleicht? Die Kettenzeuge ist... Die Kettenzeuge ist... Äh, ja. Auf, auf zum X. Oh Gott. Drei Notebooks besorgen. Oh. Wo bin ich das? Ich bin runtergefallen. Super. Das sah aber richtig aus. Ich bin richtig runtergefallen. Oh, ich kann das auch mit diesen Dingern. Los. Tickehl? Ja, ja. Tickehl? Ich bin das, den Tickehl Monster. Geh weeg! Ach komm, du willst es doch auch Na, guck mal, wie ich das kann hier Aber wer ist der Kampf nicht? Huh, was habe ich denn hier jetzt gemacht Ich hab den aufgespielt man kann den skill bestimmt noch hochpushen ja das habe ich ja schon gemacht schon drei punkte oder so drin aber das heißt dann im endeffekt jede karte die man besitzt die wirkt auch schon man kann das auch nur noch aber man kann es ja quasi noch aufrüsten okay verstehen oder g2 drunter ich mach da die mama drohne alle und direkt nehmen wir doch ich sehe nur dass die da der gegner verfolgt also gegen diese komischen androiden ist die kettensäge schon schön und Jetzt kommt es her. Uh, komm her. Komm her, nochmal so. Sack. Wo denn? Ach da. So, noch eine Mutter Throne kaputt. Haben wir sie jetzt alle? Ne, eigentlich noch alle. Oh. Volle Bogen gegen Throne. Voll realistisch. Mhm. Hoch. Okay. Laptop Nummer 1. Der zweite müsste gleich nebendran sein. Äh. Äh. Bin ich dran. Oh Gott, der ist oben. Oh, jetzt müssen wir wieder hoch. Uh. Refreshing. Noch weiter hoch. Hehehe. Weiter hoch. Ähm. Kommt man da hoch? Oh. Kann ich da hoch? Ich muss erstmal die blöde Kiste treffen. Äh. Na komm. Oh. Krass hat jetzt unfassbar viel gebracht. Oh, ich hab'n Gegner gefunden. Der klappt sogar irgendwie. Oh, ja. Oh, ja. Komm mit dir mal ein bisschen. Hier sehen sie ein... Ein wildes Daniel, der sich mit einem Überlegungslegner anlegt. Ich muss überlegen, dass er nur noch die halben Headbands hat und nicht so volle. Das wird nicht lange dauern, dann wird er wieder um Hilfe bitten. Und man muss der Held aus dem Licht auftauchen. Oh. Vielleicht ist es soweit. Glaubst du nicht, dass du gerade ein bisschen die Hallen verteidigst? Hm. Was jetzt alle nicht wissen, er hat mich gerade angeschrieben. Also gut, ich helfe dir. Aha. Und zack. Kaputt, siehste. Schau, bin ich da. Schon vor Ehrfurcht gehen die Gegner drauf. Möchtest du mich wieder mit deinem Bogen folgen? Ich habe mich verknickt. Ich habe mich verknickt. Und zack war der Bogen da. So, wie kommen wir denn jetzt da hoch? Hast du irgendwie einen Aufzug gesehen oder so? Nö. Wo müssen wir denn hin? Nach oben. Eigentlich direkt nach oben. Da, wo wir sind. Da, wo wir sind. Hm. Also ich habe zumindest mal hier... Das war nicht gut. Hm, 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 hm. Also nach unten komme ich, das ist doch schon mal toll. So. Also ich habe da hier so eine Stromladung gefunden. Mal gucken, ob man hier weiter nach oben kommt. Ah, doch. Ich glaube schon. Das bringt halt nichts. Ich muss da hoch, weil du kannst ja nichts anklicken. Das ist ja das Blöde. Na, ich weiß. Ich muss dich wieder. Ähm. So. Wie navigiere ich dich denn jetzt hierher? Komm einfach hoch. Hier, wo ich stehe. Danke. Komm einfach hoch. Da, wo ich stehe. Aber da war... Hör mal hier. Hallo. Hä? Ja, wie zum Teufel soll ich denn da hochkommen? Da guck mal, da ist eine Stromleitung. Ähm. Da hinten irgendwo. Oh Gott. Da war ich doch schon mal. So. Schau mal, ich bin hier. Double Jump. Double Jump. Ich hänge nämlich da mittendrin. So. So. So, jetzt kommst du hier. Jetzt hüpfst du über die Schilder drüber. Hahaha. Gut. Hahaha. Meinst du? Ja. Aber doch bitte auf das Kabel und nicht durch die Kabel. Oh ey. Ich... Oh ey. Nein. Du weißt, das hier ist alles auf Video und kann gegen dich verwendet werden. Ich hab extra so ein Fuckspiel gespielt, damit ich mich rumhüpfen muss. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich häng schon wieder fest. Nenn mir mal ne gute Jingle Musik, die ich dazu jetzt einspielen könnte. Vielleicht die Fick dich Musik? Hahaha. Wie bist denn du da rüber gekommen? Oh Gott. Ach du bist ja schon da. Ja und jetzt? So und jetzt gibt's hier so ne kleine Plattform. Dieses Licht. Oh. So. Du verarschst mich oder? Da komm ich doch nie drauf. So. Und dann gibt's hier ne Leiter. Ach du Heilig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hat er Angst? Ahhhh. Hahaha. Ist er gefallen in Runde? Oh und jetzt wieder über die Kabel und über die Schilder. Ah komm ich schau nochmal zu. Hey. Hallo mein Winkel ist scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Das wird rausgeschnitten. Nö. Gut dass es zwei Aufnahmen gibt hier. Oh Mann. Oh Mann. Also du springst einfach nur der Leiter entgegen. Korrekt? Du drückst kein E oder sonst irgendwas. Hey ich drück kein E. Ich fokussier die Leiter an. Oh Gott ich bin drauf. Ich bin drauf. Wow. So. Das wird ne separate Folge. Wie du versuchst die Leiter zu erklimmen. Da. Ist definitiv mal 20 Minuten gefüllt. Weißt du das? Es ist nicht dein Ernst. Da ist ein Aufzug. Wir hätten diese Scheiße gar nicht machen müssen. Da hätten wir ja gar nicht so viel Spaß gehabt. So. Wir müssen aber dennoch noch weiter hoch. Was macht denn hier so summ summ summ? Wir müssen zahlen. Zahle vor allen Dingen erstmal da rüber. Hä wieso? Quatsch. Wir müssen einfach nur hoch. Ich bin nicht wieder da wo ich nicht sein wollte. Aber es ist ein Aufzug. Nur ist ein Aufzug. Ja da ist ein Aufzug. Das ist schön. Aber wir müssen hoch. Ja. Was macht denn noch weiter hoch? Ach da ist ein. Ach da ist ein. Da ist ein Treppe. Treppen kann nicht. Also ich bin schon da. Ja ich auch. Ich bin da wo wir sein müssen. Ne. Ich bin auch da wo wir sein müssen. Doch. Aber wahrscheinlich sind wir beide da wo wir sein müssen. Nur halt an anderen Stellen. Wir haben hier zwei Notebooks zu finden. Ach. Ich mach mir hier das eine. Ja super. Dann lässt er mich armen armen Nahkämpfer ohne Lebenspunkte alleine hier wieder sitzen. Ich dachte du bist doch derjenige der so gut im Helfen ist. Hälfte doch mal selber. Mach ich doch. Oh. Soll ich deine Hilfe bräuchte. Oh. Rund mal gefallen. Ups. Ach zum Glück gibt sie hier eine Treppe wieder hoch. Also ich bin fertig. Echt. Ich bin einmal runter gefallen. Deswegen mach ich hier nochmal eine kleine Nachtschiff. Ups. Auf wen warten wir wieder. So. Alles erledigt. Hauen wir nochmal drauf. Damit wir doch liegen glatt. Oh shit. Ich bin ganz runter gefallen. Wie müssen wir denn jetzt hin? Achso. Das blöde ist ja. Das Notebook. Musst du dir abholen glaube ich. Musst du dir abholen glaube ich. Oder? Achja stimmt ja. Hahaha. Aber ich hab den Weg schon mal bereitet. Damit es da zu schwer fällt. Achja. Da sind lauter Gegner. Was ist denn du Gegner? Wo bist du denn? Wo komm ich denn da rüber? Hm. Ich hol dich mal ab. Ja ne. Ich glaub ich bin. Ich bin. Ich könnte. Eventuell. Ich könnte. Nein. Ich komm da nicht hin. Kann ich sein. Dass ich jetzt gerade wieder am Anfang bin? Scheiße. Hm. Ähm. 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 Ich versuche mal. Dich irgendwie. Warte mal. Ähm. So. Nichts mehr nicht. Ach du bist da unten? Ja. Und den kann man wieder hoch. Also jetzt muss ich nur den Weg wieder finden den man noch hoch kann. Aber man kann hier hoch. Scheiße und nicht fall runter. Nein. Oh Gott. Da ist doch hier gleich ein Aufzug. Hallo. So. Und jetzt kommst du mal mit. Okay. Einmal Aufzug. Einmal Treppe. Einmal Laptop. Oh Gott bin ich froh, dass ich dieses Spiel nicht allein spiel. Ich würd glaub ich jetzt zwei Stunden hier drin rumirren. Oh. Ein Karnickel. Jetzt geh mal Karnickel dir ein. Warum ist hier ein Karnickel? Weiß nicht. Vielleicht hast du das in deiner Tasche gehabt und hast es mitgenommen aus dem Park? Hm. Okay. So. Warte mal. Ja doch. Ja. Ach. Dann müssen wir wieder T drücken. Correcto mio. Oh es schneit wieder. Oh. Ganz schöner Schnee. Nein. Wir müssen so unter Frau Muschi. Wo sind die nochmal? Da oben. Bereit? Ja sicher. Achso. Ja. Ja. Na, sie vielleicht sieht dumm aus. Hey. Aber sie weiß, wie zu schreiben, Fancy. Ist das alles? Ich bringe alles, was nicht nahe. Ich glaube, dass sie ein Buchstaben ist. Ich hoffe, es könnte sogar sein, sie her Traumschirchen. Ich hoffe nicht. Ich will nicht wissen, was sie träumschirchen. Wahrscheinlich Geld, wie alle anderen. Und das. Natürlich. Du bist eine fantastische Brücke. Aber seid bereit. Ich brauche dich bald wieder. Hä. Ich sehe, ob ich dich in meine Zeit versuche. Munitionsverbrauch zwölf. Das heißt, er schießt zwölf Schuss auf einmal. Oder. Hammershot. Automatisches Schrotgewehr. Äh, Gewehr. Gewehr. Macht jeden 40 Schaden. Ja. Das ist ein automatisches Schrotgewehr. Das möchte ich sehen. Okay. Ich habe eine andere Arbeit für dich. Wahnsinn. Ich bin ein paar Gehirn. Ich bin ein paar Gehirn. Das letzte war so gut. Ich brauche Sie, um die Intelligenz zu fangen. Oh, aber Sie und Intelligenz nicht auf sprechen. Oh, Zing. Sehr schön. Was hast du, Mom? Wir versuchen, zu finden die Schmerz der Schmerz, die die Wildlands verbrechen. Wir glauben, dass sie aus einer bestimmten Bereich kommen. Und diese Bereich ist? Es hat kein Name. Ich schreibe dir jetzt die Koordinaten. Ich kann es warten. Ich kann es warten. Danke, Herr Weng. Also eine gewisse Spannung. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es einer gewisse Zeit, sondern es machten. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht.